Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz Maßnahmenpaket gegen extreme Raserei mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und dem Salzburger Landesrat Stefan Schnöll. Bitte, Frau Ministerin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich sehr herzlich bedanken für Ihr Interesse heute. Lieber Herr Landesrat Schnöll, lieber Stefan, auch an dieser Stelle gleich zu Beginn ein wirklich sehr herzliches Danke für die gute Zusammenarbeit der letzten Wochen und Monate zu diesem enorm wichtigen Thema für uns. Das waren nämlich Wochen und Monate, in denen wir regelmäßig auch in den Zeitungen, in der medialen Berichterstattung davon gelesen oder gesehen haben, dass es dramatische Unfälle auf unseren Straßen gibt. Unfälle mit teilweise schwer verletzten Personen, mit Toten, verursacht durch rücksichtslose Raser, die sich und andere ganz bewusst gefährden. Und wir mussten auch feststellen, dass die bisherigen Strafen gegen diese extremen Raser oftmals nicht wirken. Es handelt sich dabei um Wiederholungstäter, die ganz bewusst das Leben, die Gefährdung von Leben, ihr eigenes, das von anderen Menschen in Kauf nehmen. Es sind unbelehrbare Wiederholungstäter, die sich von Geldstrafen oder einem kurzen Führerscheinentzug nicht abschrecken lassen. Und ich habe aus diesem Grund bereits im vergangenen Jahr gerade nach einem tragischen Unfall in Salzburg angekündigt, dass wir hier ein Maßnahmenpaket gegen extreme Raserei in die Umsetzung bringen werden. Und wir haben in den letzten Monaten gemeinsam mit den Bundesländern, gemeinsam mit Fachleuten, gemeinsam auch mit dem Innenministerium an einer guten Lösung gearbeitet. Und ich bin sehr froh, dass wir heute im Ministerrat einen Fünf-Punkte-Plan gegen extreme Raserei gemeinsam beschließen werden. Erstens, wir erhöhen den Strafrahmen für überhöhte Geschwindigkeit von 2.180 Euro auf 5.000 Euro. Wir verdoppeln die Mindestentzugsdauer des Führerscheins. Wir verdoppeln den Beobachtungszeitraum für wiederholte Geschwindigkeitsübertretungen von zwei auf vier Jahre. Und weil wir gesehen haben, dass alleine das noch nicht reicht, um diese ganz besonders gefährlichen Raser von unseren Straßen daran zu verhindern, dass sie uns alle gefährden, setzen wir auch vollständig neue Maßnahmen um. Der vierte Punkt des Pakets ist daher, dass die Teilnahme an illegalen Straßenrennern ein besonders gefährliches Delikt in der Straßenverkehrsordnung wird. Das bedeutet nicht nur den Entzug der Lenkerberechtigung für mindestens sechs Monate, sondern auch eine verpflichtende Nachschuldung und im Wiederholungsfall eine verkehrspsychologische Untersuchung. Und dabei wird auch ganz grundlegend die Eignung für das Lenken eines Fahrzeugs nochmal untersucht. Und zudem werden wir als fünften Punkt den internationalen Beispielen folgen, auch in Österreich die Möglichkeit der Beschlagnahme des Fahrzeugs in besonders schweren und wiederholten Fällen von extremer Raserei schaffen. Wer sich durch hohe Geldstrafen, durch Führerscheinentzug, durch alle anderen Maßnahmen nicht davon abhalten lässt, das Leben anderer zu gefährden, oft völlig unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen zu gefährden, dem soll in Zukunft auch das Fahrzeug entzogen werden können. Gefährliche Straßenrennen mit 116 kmh durch die 30er-Zone auf der Autobahn mit 254 kmh sich ein Rennen liefern, das sind unvorstellbare Geschwindigkeiten. Das ist eine reale Gefahr auf unseren Straßen und darum bringen wir heute im Ministerrat dieses Fünf-Punkte-Paket auf den Weg. Wir werden das so rasch wie möglich umsetzen. Die ersten vier Punkte inklusive des neuen Delikts gegen illegale Straßenrennen werden wir nun so rasch wie möglich in Begutachtung schicken und diese Maßnahmen sollen noch vor dem Sommer in Kraft treten. Für die Beschlagnahme des Fahrzeugs gibt es bereits eine positive Stellungnahme auch des Verfassungsdienstes, die uns die Möglichkeit und die rechtlichen Möglichkeiten bescheinigt und hier werden wir noch gemeinsam an der konkreten Ausgestaltung arbeiten. Diese Maßnahme soll bis Jahresende beschlossen werden. Ich möchte noch was ganz Grundsätzliches sagen. Menschen, die bei Verkehrsunfällen sterben, sind nicht nur eine Zahl in einer Statistik. Menschen, die bei Verkehrsunfällen sterben, sind Familienmitglieder, sind Freunde, Freundinnen, sind Arbeitskollegen, sind Verwandte. Und jeder und jede einzelne Tote auf unseren Straßen ist eine und einer zu viel. Ein Kind, ein Elternteil, das von rücksichtslosen und extremen Rasern gefährlichem Fehlverhalten, das aufgrund dessen ein Leben verliert. Das können wir nicht einfach hinnehmen, das ist mehr als eine Statistik. Und ich möchte mich deswegen an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bedanken bei allen, die in den letzten Monaten unter teils wirklich großem persönlichen Einsatz auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben, die uns dazu aufgefordert haben, hier muss mehr getan werden. Mit dem heutigen Maßnahmenpaket gegen extreme Raserei machen wir genau das. Wir verschärfen die Gangart gegen illegale Straßenrennen. Wir werden in Zukunft härter gegen diesen ganz kleinen Teil der Lenker vorgehen, der völlig unbelehrbar und rücksichtslos uns alle gefährdet, mit höheren Strafen, mit einem längeren Führerscheinentzug und in letzter Konsequenz auch mit der Beschlagnahme des Autos. Denn genau das brauchen wir für mehr Verkehrssicherheit auf unseren Straßen, für uns alle. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Bitte, Herr Landesrat. Danke. Danke, Frau Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Gesetz, dieses Gesetzespaket jetzt endlich auf den Weg bringen für uns in den Ländern als vollziehende Behörden letztendlich und auch in meinem Fall als Leiter der Landesverkehrsabteilungen, der Polizei, haben wir jetzt einfach gemerkt, dass wir mit der bestehenden Gesetzeslage nicht mehr das Auslangen finden. Wir haben wirklich einige dramatische Fälle gehabt, du hast einen davon geschildert. Das sind alles Fälle, wo wir wissen, dass das Auto bei überhöhter Geschwindigkeit wirklich zur Waffe wird und letztendlich dann auch immer Menschen nicht nur zu Schaden kommen, sondern ihr Leben verlieren. Vor zwei Wochen in Salzburg im Stadtgebiet ein 17-jähriger Beifahrer, der hinten auf der Rückbank sitzt und bei einem Rennen offensichtlich und bei einer Raserei mit über 100 kmh im Ortsgebiet sein Leben verloren hat. Diese ganze Debatte hat bei uns ein Fall ausgelöst von einer 27-jährigen jungen Frau, die bei uns im Salzburger Flachgau ihr Leben verloren hat, weil ein Raser mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn gekommen ist und sie leider zur falschen Zeit am falschen Ort war. Das waren alles Dinge, dramatische Unfälle, die diese Diskussion dann letztendlich beschleunigt haben und jetzt auch dann in diesem Gesetzespaket münden. Wir sehen auch grundsätzlich einen Zusammenhang zwischen den Todeszahlen oder den Verkehrsunfällen und der Gesetzeslage. Wir sehen, dass in Ländern, wo es eine sehr strenge Gesetzeslage gibt, die Todeszahlen oder die Verkehrsunfallzahlen wesentlich geringer sind als bei uns in Österreich. Wir schauen da immer ein bisschen neidvoll, sage ich ganz ehrlich, auch in die Schweiz. Das ist auch unser Land, an dem wir uns orientieren wollen, vor allem wenn es um die Beschlagnahmung geht oder auch um andere Delikte geht, die wir anpassen wollen. Noch einmal zur Wiederholung, also für mich besteht das Paket jetzt aus drei Kernmaßnahmen. Das ist die Verdoppelung des Strafrahmens, der es uns dann erlaubt, in den Ländern die Richtsätze entsprechend anzupassen. Das ist die Verdoppelung der Führerscheinentzugsdauer. Und das ist vor allem diese Beschlagnahme, die du angesprochen hast, weil wir merken und jeder, der halt das Ö1-Morgen-Sanal gehört hat, hat den Herrn Winkelmann, den Staatsanwalt aus Deutschland gehört, der uns Recht gibt in diesem Vorgehen, weil er sagt, dass diese Rasa-Szene sich sehr stark mit dem eigenen Auto identifiziert. Das heißt, wenn man das Auto dann wegnimmt, dann hat man, glaube ich, wirklich einen Großteil dieses Gefahrenpotenzials behoben und hat diesem Wahnsinnigen, muss man ganz offen sagen, dann auch die Waffe entzogen. Diese Beschlagnahmung, die beginnt wahrscheinlich bei einer temporären Einbehaltung bis hin zur Sicherstellung und vielleicht sogar im schlimmsten Fall bis zum Verfall dieses beschlagnahmten Autos. Also das sind wirklich dramatische und drastische Eingriffe, so muss man es sagen. Aber ich glaube, angesichts dieser Entwicklung und angesichts auch dieses Vergleichs, dieses Vergleichs der verschiedenen Gesetzeslagen in den europäischen Ländern und auch weltweit ist es dringend geboten. Ich sage, unser Ziel muss es wahrscheinlich sein, dass wir in den nächsten Jahren die Zahlen der tödlichen Unfälle jedenfalls halbieren. Wir haben in Österreich letztes Jahr rund 416 Personen gehabt, die im Straßenverkehr ihr Leben verlieren mussten. Man sagt immer, dass rund 30 % dabei auf Raserei zurückzuführen sind. Wahrscheinlich sind es noch mehr, weil Raserei natürlich oft in Kombination mit anderen Delikten, mit Alkohol am Steuer, mit Drogen und in letzter Zeit natürlich auch vermehrt mit Ablenkung dann natürlich auch zu tödlichen Folgen führen. Und darum ist es einfach wichtig, dass man da jetzt eine bessere Handhabe hat. Wir haben in den Bundesländern ja unterschiedliche Probleme. Wir sehen eine ganz spezielle Situation auch in Kärnten mit der Tuning-Szene. Das hat jetzt oft nicht mit Raserei, aber dann mit öffentlicher Ruhestörung und so weiter, aber trotzdem auch immer mit Gefährdung von Personen zu tun. Der Landesrat Schuschnigg ist da sehr engagiert. Dem hilft dieses Paket auch mit der Beschlagnahme, die wir da angehen. Ich glaube, der Vorteil ist, dass es Länder gibt, die es vormachen, die auch zum Erfolg führen. Das heißt, wir können uns einerseits an denen orientieren, aber wissen gleichzeitig auch, dass es natürlich nicht nur um Strafen geht, sondern dass es natürlich auch um Begleitmaßnahmen geht. Es geht um Präventionsmaßnahmen und so weiter. Also das, was auch von der Öffentlichkeit immer eingefordert ist, das müssen wir natürlich als öffentliche Hand auch liefern, parallel begleitend zu diesem Gesetz. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, sind wir da jetzt einmal auf einem guten Weg. Das ist natürlich ein dynamischer Prozess, der wird nie enden. Enden tut dieser Kampf gegen die Raser erst dann, wenn die Zahl der Verkehrstoten auf Null ist. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Danke nochmal, Frau Minister, für die großartige Zusammenarbeit auch mit deinem Team. Das funktioniert zwischen Salzburg und dir ausgezeichnet, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und ich glaube, es ist heute ein wichtiger Tag für den Kampf gegen die Raser. Danke. Vielen Dank, Herr Landesrat. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Frau Kreiner, bitte. Sie haben die Beschlagnahmung als zentrales Ziel angekündigt, allerdings erst mit Jahresende. Warum kommt es erst mit Jahresende? Und es hat geheißen für Wiederholungstäter und ab welchen Geschwindigkeiten wird das in Kraft treten? Weil so wie das ja jetzt angedacht ist, sind es glaube ich 80 kmh im Ortsgebiet. Das bedeutet, erst wenn ich 130 kmh fahren würde im Ortsgebiet, wäre das Auto weg. Und was wollen Sie mit den sichergestellten Fahrzeugen machen? Und eine zweite Frage gleich. Das KfV beispielsweise hat schon darauf reagiert und spricht von einem Minimalprogramm, fordert auch, dass die Verkehrssicherheit in Ihrem Ministerium wieder prioritär behandelt wird. Welche weiteren Maßnahmen planen Sie diesbezüglich? Ich beginne mit der zweiten Frage. Denn klar, Verkehrssicherheit, auf das hat auch der Landesrat Schnell hingewiesen, ist ein Maßnahmenpaket, das aus mehr besteht als aus einem Paket gegen die extreme Raserei. Das ist völlig klar. Deswegen arbeiten wir im Ministerium auch gerade an der Verkehrssicherheitsstrategie 2021 bis 2030. Das wird ein umfassendes Strategiepapier sein, wo wir all die Themen angehen, von der Sicherheit im Ort, von der Sicherheit auf Freilandstraßen, Aufmerksamkeit im Verkehr, also viele der Fragen, die natürlich in diesem Gesamtkomplex auf unserem Weg zu null Toten im Straßenverkehr wichtig und enorm wichtig sind. Dennoch, wir haben in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam identifiziert und, glaube ich, augenscheinlich gesehen, dass wir ein Problem haben mit einer äußerst kleinen, aber unbelehrbaren Gruppe von Menschen, Wiederholungstäter, für die die Maßnahmen, die wir derzeit im gesetzlichen Rahmen vorgesehen haben, nicht reichen. Daher eben dieses Paket mit erhöhtem Strafrahmen, mit Verdopplung der Führerscheinentzugsdauer und schlussendlich auch mit, als letzter Konsequenz, mit der Möglichkeit der Beschlagnahme. Die Beschlagnahme und deswegen war es uns auch wichtiger, Gutachten vom Verfassungsdienst einzuholen, ist natürlich eine Maßnahme, die viele rechtliche Fragen aufwirft. Was macht man, wenn das Fahrzeug einer dritten Person gehört, zum Beispiel? Wie ist der, wie und bei welchen Bedingungen ist der Eingriff ins Eigentum gerechtfertigt, bis zu welchem Ausmaß? Und diese Fragen wollen wir gut gemeinsam auch mit den Verfassungsjuristen klären, damit diese Maßnahme, wenn sie mit Jahresende in Kraft ist, auch sicher rechtlich hält. Möglich ist sie und wir werden aber in der Ausarbeitung jetzt auf die, im Detail dann all diese Fragen klären, die Sie auch angesprochen haben, weil es hier natürlich um komplexe rechtliche Fragestellungen geht. Weitere Fragen, Herr Kimmelswenger. Sie haben jetzt von internationalen Vorbildern gesprochen. Da gibt es teilweise international auch Haftstrafen für Raserei. War das oder ist das ein Thema für die Zukunft, das mögliche Verschärfung, das man da noch einmal ansetzt? Und eine Frage zu diesen Tuning-Events, die Sie da auch angesprochen haben. Sind da Verbote überhaupt denkbar für die Zukunft, um das einfach zu verhindern, dass es da vermehrt zu Raserei beziehungsweise illegalen Straßenrennen kommt? Ich beginne vielleicht mit der ersten Frage zu Haftstrafen. Danke. Zu Haftstrafen. Wir haben die Strafdelikte in Österreich im Straßenverkehr vor allem im Verwaltungsrecht verortet. Und das werden wir jetzt bis auf erstes auch so beibehalten. Wir setzen aber trotzdem hier sehr wirksame und neue Instrumente, also mit dem neuen Tatbestand der Straßenrennen, mit der neuen Möglichkeit auch der Beschlagnahme. Insofern, das ist jetzt das Paket, das wir auf den Weg bringen. Und auch hier internationale Stimmen sagen uns, das ist ein wirksames Paket für diesen Zweck. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf. Es gäbe bereits jetzt im Strafrecht einige Paragrafen, die zur Anwendung kommen könnten. Natürlich wäre es wahrscheinlich in einigen Fällen sinnvoller, es zu konkretisieren. Ich glaube, wir müssen uns das auch vorbehalten, auch im Hinblick jetzt auf die Beschlagnahme, die angesprochen worden ist, weil es da natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das jetzt im konkreten Fall zu regeln. Man kann andererseits nur auf die Geschwindigkeit abzielen, man kann andererseits aber auch noch andere Elemente hinzuziehen, wie ein besonderes gefährliches Verhalten. Es kann oft gefährlicher sein, wenn man mit 80 im Ortsgebiet ist, als man mit 300 auf einer leeren Autobahn fährt. Das heißt, man muss wahrscheinlich dann auch auf den konkreten Einzelfall abziehen und eine Gesetzesregelung schaffen, die dem gerecht wird. Zur Tuning-Szene. Ich glaube, da ist einfach auch diese Beschlagnahme, eine der verschiedenen Orten der Beschlagnahmesicherstellung, Verfall und so weiter notwendig, um grundsätzlich einfach diesem Problem gerecht zu werden, das ja auch sich oft im Lärm niederschlägt. Wir erleben das, ich erlebe das in meiner täglichen Arbeit sehr stark, dass Raserei natürlich auch sehr stark mit der Belästigung der öffentlichen Ordnung sozusagen einhergeht. Und darum brauchen wir auch für diese Fälle ein Instrument. Und das man aber mit der Beschlagnahmung auch hat, bin ich der festen Überzeugung. Weitere Fragen? Ist ja die Bestrafung meistens Ländersache, wie hoch die Strafe ist. Niederösterreich anders als zum Beispiel in Salzburg. Wird da eine Harmonisierung auch angedacht? Ja, der erste Schritt dazu ist, dass man eben jetzt die Strafen anpasst auf die neuen Notwendigkeit. Und nachfolgend arbeiten wir an einer österreichweiten Vereinheitlichung der Strafbeträge, also eine Verordnung der Deliktskataloge. Ich glaube, dieser Anlassfall jetzt zeigt auch, und da ist jetzt Dynamik in dieser Diskussion, dass man das Thema jetzt, glaube ich, gut und im Konsens angehen kann. Und wenn ich da ergänzen darf, und durch diese Verdoppelung des Strafrahmens haben wir jetzt eh alle Länder diese Notwendigkeit, dass wir unsere Richtsätze anpassen müssen. Und ich glaube, dass man auch diese Debatte eben nutzen muss, um diese Vereinheitlichung jetzt endlich herbeizuführen. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann darf ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank, Herr Landesrat. Danke sehr. Herzlichen Dank. Vielen Dank.